Ja, herzlich willkommen zu meiner Spezialausgabe von GTA 5. Hier habe ich mir meinen Whisky genehmigt. Genieße die Aussicht. Alter. Es klingelt jemand an der Tür. Wer kann das wohl sein? Ja, servus! Komm mit! Hey! Wann geht's? Na sicher! Ja, während wir das hier machen... Ich werde hier ein bisschen erklären, was ich machen möchte, warum ich das hier mache. Und zwar ist es ein Special für ein Jahr YouTube. Dann probiere ich die besten Spiele, also meine beliebtesten Spiele, die ich all die Jahre über immer wieder gespielt habe, die mich von Anfang an begleiten. Genau diese möchte ich hier zocken. Und zwar ist es hier erstens GTA. GTA habe ich schon seit GTA 2 gezockt. Damit ihr nicht abgelenkt seid, werde ich jetzt aufhören damit. Ich habe schon GTA 2 gezockt. Bei GTA 2 habe ich auch die britische Erweiterung, die extrem hart zum Fahren war. Ja, und deswegen möchte ich euch hier ein paar Folgen von GTA 5 im Online-Modus zeigen. Und zwar ist das der Online-Modus auf der Xbox One. Da habe ich schon ein bisschen mehr was aufgebaut. Es wird auch noch ein Special geben mit Ending. Das kann ich euch auch schon verraten. Hier sind wir mal in die andere Seite. Leicht verschwommen. Ja, ich möchte euch wie gesagt hier ein paar Folgen zeigen. Ich habe hier kein wirkliches Konzept, muss ich ehrlich gestehen. Also hoffe ich, dass es euch nicht zu fad werden wird. Ja, wie gesagt, das ist das erste Spiel, was ich euch hier präsentieren möchte. Das hier ist meine Garage, mein Fuhrpark. Also die erste Garage, sage ich mal. Die sind jetzt ein bisschen verschwommen, darum gehen wir jetzt hier nach vorne. Das wird ja irgendwann aufhören. Ja, Kilo, da haben sie die Autos hingestellt. Ja, den hier habe ich neu gekauft. Also habe ich gekauft, ist gut. Er standen um kein Geld. Den hier genauso. Er hat cool ausgeschaut, finde ich. Ah, keiner verschwommen mehr. Und hier gehen wir durch. Der ist mir passiert, der ist extrem schnell und cool, finde ich. Edles Gefährt, edles Cabrio. Der geht ab wie Hölle. Auch ein Understatement Auto. Dieses hier eher. Das ist einer meiner Lieblingswagen. Schaut ein bisschen aus wie ein Jaguar, sage ich einmal. Da haben wir jetzt jedes. Der geht auch wie die Hölle ab. Aber jetzt möchte ich mal den anderen probieren. Den neuen, den einen da. Den gepanzerten. Und mal sehen, wo es uns hin verschlagen wird. Ist aber wo ein Ganggebiet. Das nicht da drüben ist. Nein, anscheinend nicht. So, schauen wir mal, was wir hier online machen können. Was ist hier? Der Lamar. Premium Rennen. Das ist ein Gegner-Modus-Serie. Kann man hier erstellen. Bunker-Serie. Das hört sich mal cool an. Das werden wir mal ausprobieren. Wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr hier online. Darum nutze ich das hier. Weiter. Der ist wegklaufen. Der ist wegklaufen. Na gut, wer ist. Natürlich werden wir hier auch viel herumfahren und viel Blödsinn machen. und ich bin hier falsch gefahren läuft zerstöre die waffenlieferung wo ist deine waffenlieferung ja sorry leute aber so kann man blödsinn machen so werden wir schauen das wird sowas kommen wo der geht gut oh da hat er einen panzer da hat er einen panzer da hat er einen panzer Na gut, dann machen wir das. Weiter. Ich glaube, ich habe hier die falsche Waffe. Oh. Was? Selbstmord? Wichser. Weiter, das hast du nicht gemacht. Okay, jetzt bin ich da runtergerutscht, leider. Oha, Alter. Was geht hier ab? Oh. Wichser. Oh oh. Fucker. Oh. 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 Jetzt bin ich von hinten erschossen, man. Das war uncool. Na gut, bevor ich euch hier langweile, werden wir hier verschwinden. Sagen wir, es war ja nix. Und probieren hier die Bunker-Serie aus. Oh, ich glaube ja, die Fahrzeuge da sind weg. Ah, da ist noch eines. Vielleicht kann man auch eins badeln. Vielleicht kann man ja so auch Punkte herausschlagen. Wenn man das einfach badelt und wohin bringt. Das kann natürlich auch sein. I need your car. Das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, wie fahrt man jetzt. Da ist nämlich noch eins dort. Vielleicht kann man ja dort einsteigen und das selber nehmen. Oh, jetzt habe ich auf die Anzeige geschaut. Und nicht auf den Gegenverkehr. Außenweg. Außenweg, außenweg, außenweg. Ja, wie auch immer, auch wenn es hier ein Hush-Pfush ist, ein Pfush. Eine Noob-Folge, eine Noob-Serie sogar. Lasst euch gesagt sein, mit Ending wird es besser werden, sage ich einmal. Da probieren wir ein kleines Konzeptchen zu machen. Okay, und die sind weg, klar. So wie es ausschaut. Und ich muss genau dort reinrasen. Na gut, dann steht dort nichts mehr. Warte, wo fahrt der hin? Gut, egal, wir fahren zur Bunker-Serie. Um das einmal auszuprobieren. Was immer das auch ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das schon länger nicht mehr gezockt. Oh, das sieht man auch an meinem Fahrstil. Ah, darauf. Luftfahrzeug gewinnt. Ja, Leute, es gibt immer was zu tun. Ibi, ja, ja, ibi, 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 eh. Darum werden wir hier kurz umdisponieren. Wobei ein Helikopter fast sympathischer wäre, aber ist so, dass ich es in der Nähe. Da ist da. Ja, Leute, es gibt immer was, dass ich es in der Nähe. Oh, shit, bist du in der Nähe. Oh, nein. Eh, weit, weit weg. Na gut, dann bereiten wir uns vor. Ich bin gespannt, wie ich hier abheben soll. So, wir starten jetzt. Hebe ab, hebe ab, hebe ab, hebe ab, hebe ab. Oh. Alter, wie sollen wir da abheben? Ach Gott, vielleicht geht's ja da rüber. Nein, Alter, das gibt's ja nicht. So. So. Oh, ist das geil. Oh, da kann man kurz Geld sammeln. Ah, da bin ich durchgeflogen. Fuck it. Ah ah. That's mine. Fuck, da bin ich für beigeflogen. Der hat schon 10. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Fuck. Hm. Oh, da. Alter. Heli kann ich nicht fliegen. Ich kann mir kein Heli fliegen, alter. Das geil ist, da kriegt man richtig fett Kohle. Oh. 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 Das war richtig fett. Ohhhhhhhhhh Oh ja da bin ich jetzt vorbei geflogen Echt jetzt? Oh da geht nichts gut mehr Du mal ich fliege lieber Uuuuuhh Gleichstand Boah der geht nicht mehr gut Uuuuuhh Bist du deppert? Der geht gar nicht gut Weiter Ja Leute der raucht schon ordentlich Uuuuund Uuu-ma-ma-ma-ma-me nur noch Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, komm. Nein. Fuck. Oh ja, da. Alter, Alter, wo ist ein Heli, wo ist ein Heli, wo ist ein Flugzeug? Ah. Nein, Alter, nein. Nein, 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 nein. Wo ist ein Heli, wo ist ein fucking Heli, Alter? Oder irgendwas. Alter, sind die nicht einzeichnet da? Nein. Oh, der fuck. Die holen auf. Die holen auf, Alter. Weiter. Nein. Nein. Weiter, steck ein. Steck ein. Oh, das geht sich nicht mehr aus. Kein Heli und kein Flugzeug in Sicht. Das ist euch. Das ist sowas von euch, Schatz. Ich bin nicht letzter. Ich habe geführt, ich habe geführt, Leute. Und kein fucking Heli in Sicht. Nein, 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 das kann ich vergessen. Das kann ich echt vergessen, Leute. Nein, 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 nein. Uuuuuh! Fuck! Ja, mit diesem Mörderstun werden wir uns, glaube ich, verabschieden. Ich werde jetzt noch schauen, ob es hier irgendeine Belohnung gibt für den dritten Platz. Den man hier, ehrlich gesagt, sehr verschissen hat. Oh! Na gut, hier wird die Folge beendet. Es folgt eine weitere. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba!